Jo, und hier ist wieder euer Jockel mit diesen netten Spielemaschinen hier, wie ist denn die Dinger, Spielautomaten, ähm, das ist schon heiß, das sollte umdrehen, das nicht mehr aufnehmen. Okay, ich mache es aber trotzdem, weil ich würde diese Staffel zu Ende bringen, ich habe dann noch den hier daneben als nächstes und dann habe ich das, mein Tagwerk verbracht, und dann kann ich mich an die Konsole machen, hier, guck mal, als nächstes. Und dann haben wir es durch. Entschuldigung. So, guck mal, hier ist die Galerie, vielleicht finden wir mal raus, aus wie hier alles ist. Da haben wir ein paar schöne Bilder zu sehen, auch. Okay, das sieht merkwürdig aus. Das wird ein sehr abenteuerreiches Spiel. 1982, wirklich? Ja, keine Ahnung. Wir haben wohl hier, was ist in der Erde zu sehen. Ich glaube, das ist nicht so, das kann sich gut zu machen, schade. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man so, auch die Kitzel besser lesen könnte, ne? Also das ist dann einfach so fixlich. Wenn ich lesen, haben sie wirklich sehr stark runtergespult, sehr schade. Okay, schluss mal ins Geschirftruppe an, nicht wie die Spielsteuerung ist, das wird deswegen einfach überraschend. Okay. Das ist etwas Ähnliches, das hatten wir schon mal, ne? Meine ich, mich zu erinnern, zu diesen, ne? So ein Tausendfüchler und Spinnen und Pilze. Das sagt mir doch irgendwas. Das hat mir ziemlich zu Anfang. Was ist das? Select Starting Sektor. Aha, tausendfüchler, fängt natürlich wohl an, ne? Ja, ich hab das schon mal. Ja, ich hab das schon mal. Ja, ich hab das schon mal. Alles aber ja, schneller. Ja, ich hab das schon mal. 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 Ja, das ist ein Reaktionsspiel. Pures Reaktionsspiel, alles Spiele. Okay, jo, doch nett. Reicht, ne? Hier haben wir leider keine Abspann. Also brauche ich auch noch nichts weiter zeigen. Hat sich erledigt. Alles klar, habt euch wohl. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ah, wo bin ich denn? Ich zeige es dir. Hier, mach mal. Das könnt ihr nochmal, das Gerät nochmal sehen. Das habe ich mir vorhin gezeigt. Das kann ich gleich drehen, oder? Das kann ich nicht drehen. Das dreht sich gar nicht. Ach, jetzt dreht sich das. Ja, ein bisschen warm und geduld haben. So, einfach unter uns sehen. So, ja, alles klar. Gut. Okay. Dann bin ich raus. Und ciao.